Weniger Stress im Studium, heute gibt es den ersten Tipp. Wir wollen alle weniger Stress haben, auch als Student ist es so, dass man nicht getrieben sein muss von diesem ganzen Lärmdruck, sondern man kann sich das auch alles ein bisschen leichter machen und deswegen habe ich euch ja versprochen, dass wir hier eine Reihe starten zum Thema Stressfrei durchs Studium mit verschiedenen Tipps und Tricks. Und an der Stelle möchte ich euch gleich mal bitten, es wird nicht für jeden unbedingt alles gleichermaßen geeignet sein. Vielleicht, manches kennt ihr auch schon, aber vielleicht kennt ihr es schon und ihr habt es noch nicht ausprobiert. Oder ihr habt es schon getestet und es ist nichts für euch, das wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Tipp auch so sein. Aber grundsätzlich tut mir den Gefallen und probiert die Sachen mal aus, wenn ihr es denn noch nicht getan habt. Auch wenn es vielleicht banale Tipps sind oder so. Manchmal sind oft die banalen Sachen die, die den größten Mehrwert bringen. Der Tipp, den ich heute für euch habe, das ist gleich einer meiner Favorites, den ich auch heute echt noch immer wieder, beziehungsweise auf den ich heute noch zurückgreife, den ich aber noch ein bisschen öfter in meinen Alltag integrieren sollte vielleicht. Also da wollte ich eigentlich mal dran arbeiten. Habe ich nicht so konsequent gemacht, vielleicht macht ihr das besser. Weil der Tipp nicht nur geeignet ist, quasi um in die Routine, Abendroutine vielleicht einzuarbeiten, damit man besser schlafen kann, besser einschlafen kann. Sondern der soll auch helfen bei Migräne zum Beispiel, bei Angstzuständen zum Beispiel auch. Das weiß ich nicht. Also das ist ehrlicherweise diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe auch mit diesen Problemen nichts zu tun. Deswegen darüber kann ich nichts sagen. Aber was ich aus Erfahrung sagen kann, ist, dass der Tipp auf jeden Fall auch in akuten Zuständen, also wenn ihr zum Beispiel mitten in der Klausur sitzt und euch die Düse geht und ihr irgendwie Schnappatmung bekommt und einfach unter Stress steht und euer Puls hoch ist. Mit diesem Trick könnt ihr den Puls auch für den Moment einfach ein bisschen runterfahren. Also gerade auch in diesen akuten Situationen für alle unter euch, die mit Prüfungsangst zu tun haben, ist das wirklich, das funktioniert, wenn man das probiert. Also probiert es einfach mal aus. Ich habe bis jetzt den Tipp schon mehreren Leuten empfohlen, auch guten Freundinnen, die das auch getestet haben und die auch gesagt haben, ja, hat mir für den Moment auf jeden Fall geholfen. Und von was spreche ich hier? Es geht um eine Atemübung. Jetzt nicht gleich verwerfen. Ich war auch lang so, dass ich bei allem, was mit Atmung, Meditation und so Geschichten, das ist, ich war da schnell am Augenrollen. Gebt dem mal eine Chance, dem Ganzen. Also es ist einfach, es ist Wissenschaft, es ist keine Esoterik, sondern es ist tatsächlich so, dass die Atmung zum großen Teil zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Dazu eine kurze Anekdote. Ich habe eine Bekannte, die hat vor ihrem ersten Examen, das war vor der ersten Examensklausur, am Tag vorher sich miserabel gefühlt, aber sie konnte es nicht direkt greifen oder an nichts Konkreten festmachen. Der war einfach schwindelig und schlecht und die wusste nicht, was los ist. Auch mit Übelkeit einfach wirklich zu kämpfen gehabt. Und war da ein bisschen in Sorge, weil sie das so von der normalen Aufregung her vor Klausur nicht kannte. Hat sich mal checken lassen, nicht, dass sie ein Virus hat oder so. Und am Schluss noch alle ansteckt. Ist ja auch verantwortungsbewusst, hat sich checken lassen. Und da ist einfach festgestellt worden, dass sie hyperventiliert hat. Also hyperventilieren heißt ja nicht unbedingt, dass man es laut mitkriegt und wirklich das feststellt, sondern dass man unbewusst einfach zu viel einatmet und nicht im gleichen Verhältnis dann wieder auch ausatmet. Deswegen dieser Tipp zu sagen, wenn man aufgeregt ist, tief einatmen, ist nur die halbe Miete. Ihr müsst ausatmen und zwar vollständig. Länger ausatmen, das einatmen, das ist nur so viel dazu. Also da kann man sich ganz schön auch kaputt machen, wenn man einfach falsch atmet. Und genauso kann aber auch die richtige Atmung einen wirklich Mehrwert bringen und wirklich auch runterholen. Und deswegen jetzt zu meinem Tipp für heute. Das ist die sogenannte 4-7-8-Methode. Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe auch mal 4-7-11 gelesen. Ich mache es als 4-7-8-Methode. Ihr könnt es auch verkürzen. Dazu gleich mehr. Vielleicht kennt ihr es schon. Vielleicht habt ihr es noch nicht probiert. Probiert das bitte mal aus. Total simpel. Ihr müsst einfach 4 Sekunden einatmen. Macht das am besten durch die Nase. Atmet 4 Sekunden ein. Dann haltet ihr die Luft an und zwar für 7 Sekunden. Ganz entspannt. Und dann atmet ihr 8 Sekunden aus. Teilweise wird empfohlen, dass man das durch den Mond und Geräusch voll machen soll. Die Junkis raten glaube ich öfter mal dazu, dass man es quasi mit dieser Kehleatmung machen soll. Ich für meinen Teil mache das ganz normal durch die Nase. Ich stelle es mir auch in der Öffentlichkeit oder wenn ihr in der Klausur sitzt irgendwie ein bisschen albern vor. Vielleicht hat man da nicht so Lust drauf, das so laut zu machen. Zumindest habt ihr die Qual der Wahl. Wichtig ist nur, dass ihr länger ausatmet, als ihr eingeatmet habt und als ihr die Luft angehalten habt. Jedes, dann macht es glaube ich nicht das wahnsinnig. Entscheidende macht es so, wie es sich für euch gut anfühlt. Bevor ich es vergesse, ihr könnt wie gesagt die Zeit auch anpassen bzw. verkürzen. Wichtig ist nur, dass das Verhältnis stimmt. Das heißt, ihr könnt auch einfach 2 Minuten, 2 Minuten, 2 Sekunden einatmen oder 2,5 Sekunden. Dann mindestens 3 Sekunden die Luft anhalten, dass ich alles schön mit Sauerstoff füllen kann. Und dann 4 Sekunden ausatmen. Das dürfte dann auch reichen. Wichtig ist eben nur kurz einatmen, bisschen länger anhalten und noch länger ausatmen, damit das Verhältnis stimmt. Und dann solltet ihr auch den gleichen Effekt haben. Wiederholt das Ganze einfach ein paar Mal, bis es euch ein bisschen besser geht und wirklich probiert es mal abends regelmäßig zu machen. Das sei schon was, was auch einen langfristigen Effekt hat, wenn man es denn kontinuierlich macht. So konsequent war ich bis jetzt noch nicht. Aber in akuten Situationen hat mir das schon ganz gut geholfen. Das letzte Mal, dass ich mich so richtig gestresst gefühlt habe, also so wirklich, dass ich von Stress reden würde, das war letztes Jahr im Februar. Da war ich eh schon so ein bisschen, war ich so gefühlt am Limit durch Kommunalwahl, Vereinstätigkeit und Kanzleiarbeit. Das war insgesamt scheinbar schon ein bisschen viel. Und ich erinnere mich noch ganz gut an den Tag. Eine Frist sah ja eine Krisengeschichte nach der anderen in die Kanzlei geflattert. Ich musste noch einen Termin vorbereiten für die Verhandlung am AG Augsburg, glaube ich. Und habe dann den Anruf bekommen, dass es einen Todesfall gab in einer Familie, einer befreundeten Familie. Und die haben mich gebeten, dort zu singen. Also auch kurzfristig dann auf einmal sowas, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Und das war wohl in dem Moment für mich zu viel. Zumindest war da mein Puls bei... Weiß nicht. Mein Rudelpuls ist immer recht hoch, das spüre ich gar nicht. Aber da war mein Puls einfach hoch und der ist nicht runtergegangen. Ich habe echt nicht gewusst, was los ist. Ich kannte das nicht. Ich war noch in der Kanzlei, habe hier die Anrufe verwaltet und dachte mir so... Jetzt muss es langsam ein bisschen besser werden. Ich muss ja gleich nach Augsburg mich auf den Weg machen. Was ist denn das? Was mache ich denn jetzt am besten? Und dann habe ich mit dieser Atemübung tatsächlich... Das ist eine lange Fahrt von hier nach Augsburg. Ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht. Habe da regelmäßig diese Atemübung gemacht. Und das hat mir geholfen. Das ging über Stunden den ganzen Vormittagen nicht weg. Aber erst mit dieser Atemübung hat mich das irgendwie ein bisschen runtergebracht. Und letztendlich dann im Termin bin ich richtig runtergefahren. Was irgendwie komisch ist, weil das eine ziemlich hitzige Verhandlung war. Es ist irgendwie auch strange, dass ich gerade bei einer hitzigen Verhandlung dann zur Ruhe komme. Gibt mir gerade ein bisschen zu denken. Egal. Ich wollte euch nur ein Beispiel geben, dass ich wirklich aus Erfahrung reden kann und sagen kann, das kann helfen. Vielleicht hilft es euch auch. Und mich würde es freuen, wenn ihr mich das wissen lasst. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch eine bestimmte Atemübung verwendet oder vielleicht sogar positive Erfahrungen zu dieser habt. Wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn wir uns hier gegenseitig Hilfestellung geben in den Kommentaren. Könnt ihr auch gerne bei Instagram schreiben, auch wenn ihr neue Video-Vorschläge habt. Ansonsten, glaube ich, haben wir es für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.